WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Moped kommt da hinten an, sehr gut Miep miep Don't walk, halt! So, komm Oh Fresh, komm 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 Haren Ja Was stehen die hier alle? Guck es an So, ich weiß nicht, hier 225 Äh, was doch ist hier? Telefonhörer irgendein abholen Wer weiß, was auf uns wartet Also, mal gucken Ich lass die Karte einfach mal hier stehen Du sollst Lauren Costigan retten Die Ehefrau von Bradley Costigan Meinem Kunden Sie wird von den Tiger Claws gefangen gehalten Wenn du mehr wissen willst, sieh in den Anhang Das heißt, wir gehen hier hinten rein, oder? So schaut's aus Meine Lieblingswaffe Ach ja, aim Ich musste jetzt aimen, hab ich gelernt Auch Nuss Oh Und das Ich mach einfach hier die Tür auf, wie gesagt. Ich hab echt so geile Löcher da reingekommen, einfach mit geiler Waffe. So. Und da. Wo sind sie denn? Wären wir hier? Hup, hup. Alter. Die könnten natürlich auch einfach KADOOM machen. Okay. Oh, da unten kommen wir noch rein irgendwie. Mhm. Okay, schauen wir gleich mal, ob das das bringt. So, wisst ihr, was der Dude, der ist hier drin? Oder was? Okay. Okay, also wir müssen im Keller alles planen. Das sehen wir. Durch die Scheibe. Hat nicht geklappt. Diese kleinen Löcher hier. Die sind ja super. Oh wow. Ich bin nicht autorisiert. Okay. Ich bin nicht autorisiert oder nicht? Nein. Ich bin nicht autorisiert. Mach einfach auf. Shit. Gewaltsam öffnen auch nicht. Das heißt, wir müssen irgendeinen Code finden. Oder irgendwas hacken. Oder beides. Was? Let's refresh. Wow. So. Wann krieg ich denn diese komische Sprechblase da weg? Die wird für immer da bleiben. Oh, die blutet aber stark. Das tut mir leid. Oh. Damit ich gewaltsam öffnen kann. Warum? Zehn von elf. Ich bin zu schwach. Ich muss irgendwas hacken hier. Oh, hallo. Willst du was? Ich hole dich hier raus. Was? Ich komme gar nicht hier raus. Dein Mann schickt mich. Ich bring dich in Sicherheit. Komm. So ein dummes, wertloses Stück Scheiße. Ja. Dafür ist keine Zeit los. Von hier drinnen kann ich sie doch wohl aufmachen. Warum nicht? Eskortiere sie. Nein, ich glaube, die braucht keine Eskorte. Ich glaube, die rentt einfach raus. Da sowieso alle weggemetzelt sind, ist das eigentlich auch wurscht. Mom. Mom rennt da hinten rauf. Okay. Was machst du da hinten? Okay. Gucken wir mal. Ja, ich eskortiere dich. Wir gehen hier rauf. Komm. Hier kann ich nochmal hacken üben. Nutzt ja nichts. Nutz ja durch. So. BD haben wir nicht. 1C, 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 1C. BD. Mann, ich würde das nie, ich würde es einfach nie raffen. Fuck you. Du musst ja eigentlich nur einen leisen Knotenpunkt finden, aber naja. Ich habe es eigentlich immer noch nicht... Ja, ich kriege es einfach nicht hin. Was soll's. Üben, Popernin und dann geht das schon irgendwann. Ja, wer bist du denn? Du bist doch nur eine Kamera. Ist doch alles fresh. Wie ist sie jetzt? Komm. Alter, zack ist die Motorhaube weg. Okay, Mom, komm. Dann können wir das Auto hinnehmen. So fresh. So. Steigt Mom mit ein? Scheinbar schon. Das ist cool. Okay. Und wie kommen wir raus hier? Ich fahre... Ich versuche mal hier rum zu kommen. Ach nee, da hinten ist ja auch zu, ne? Äh, no. Komm, wir fahren einmal hier ein bisschen rum und dann müssen wir hier leider wieder ausschreiben. Das wäre eine tolle Idee. Durch die Wand vielleicht. Hopp. Okay, die schnellste Flucht der Welt. Aber das Auto ist schon irgendwie witzig. Oh, hier ist alles voll, ey. Ich stelle das Auto jetzt gegen die Wand, dann kann sie nicht mehr aussteigen und mischen komplett weg. Okay, hier ist alles voll gestört. Genau, aber alles in die frische Autos. Ja, hätte ja klappen können. Du, wir müssen hier raus. Tut mir leid. Steigt sie auch aus? Ja. Ja, war nicht so geil, die Flucht. Komm, wir gehen hier raus. Nee, auch nicht. Da müssen wir wieder zurück, Lady. Komm. Komm schon. Beste Flucht der Welt. Das hat richtig geklappt. So, Mom, wie sieht's aus? Hm. Hallo. Ja. So. Das wäre erledigt. Mach besser einen Abgang. Wollen wir sprechen? Steig ein. Die Karre bringt dich in Sicherheit. Ach so, ja. Danke. Pass auf dich auf. You're welcome. Komm, steig ein. So. Ich sage Bradley Bescheid, dass Lauren in Sicherheit ist. Danke für deine Hilfe. Danke für die Distanz. Na gut. Okay, Fresh. Da ist mein Moped. Nee, wo ist mein Moped? Digi. Äh, bin ich zu Fuß gekommen? Ich weiß es nicht. So. Also, Karte. Nächstes Ding. Oh, wie kommen wir da hin? Rüber? Nö. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Äh, gibt's hier nichts zu machen. Doch, da unten nochmal freshe Sachen. Warte mal. Wo ist die Grenze eigentlich? Ah ja. Mhm. Das Ding. Nebenmission. Okay. Dann wollen wir da doch mal hin. So, ich brauche auch eine Karre. Nice. Ach, das ist das neue, schicke Ingold. Ist es nicht das aus der Höhle? Okay. Der sieht wirklich fresh aus. Also, den würde ich mir, wenn ich die Tatas hätte, würde ich mir den auch leisten. Also, allein die Felgen finde ich schon fett. Na gut. Okay. So, sei es drum. So weiß, gold, rot. Das ist irgendwie, sieht irgendwie cool aus. So. Ach, der Yoshimen auch wieder am Start. Hallöchen. Ja, ich bin wieder. So, weiter geht's. Wow, wir wollen hier rein. Ey, das ist immer so blöd. Ich finde das mit der Navi, ey, ist ja okay. Aber, da das Auto nicht so früh bremst, wenn ich ja immer irgendwie ein bisschen mit Gas fahre, das ist, ist dann schlecht. So, hier we're on. Bisschen aufschoppen hier, mit Gas. Ach, mach doch mal Platz, ihr Affen. Ich hab's doch eilig. So, wo geht's eigentlich lange da hinten durch? Ach, hier schon? Okay, wir müssen... Hey, du, ich steig aus, was ist los? So, hier schön die Straße blockiert, das ist nice. Genauso soll's sein. So, fresh, wir wollen da hinten... Du, ich, wir wollen hier rauf, okay. Wo soll das sein? Ey, was macht ihr hier für ein Quatsch? Was soll das? Lass das. Okay, es ist woanders. Ganz woanders. Hm. Hey, du da. Mysteriöse Fremde. Warte. Ja, dich meine ich. Oder siehst du hier noch andere mysteriöse Fremde? Digi, du bist ein Automat. Sag mal, machst du Witze? Ich kenne einen guten. Okay. Okay. Was ist hier los? Hallo Fremde. Ich bin Brandon, deine freundliche SBM von nebenan. Und die netteste KI in ganz Night City. Wir stehen vielerlei Getränke zur Auswahl. Oder komm einfach für ein Plasch vorbei. Jetzt bist du dran. Wie heißt du? Wieso rede ich mit einer SBM? Das ist nett. Ich heiße V. Schön, dich kennenzulernen, wie. Kommst du oft hierher? Äh, nein. Nein, bin zum ersten Mal hier. Hab ich mir gedacht. Ich wusste, dass du nicht von hier bist. Bei dem Heimweh, das du ausstrahlst. Und weißt du auch, was Heimweh am besten heilt? Ein süßes, erfrischendes, kohlensäurehaltiges Getränk. Okay, überzeugt. Ich kauf was. Kaufen? Du musst dir gar nichts kaufen. It's for free. Dann weißt du was? Ich schenke dir eine Dose Nikola. Nice. Danke. Brandon, oder? Genau richtig. Ah, es ist toll, dass du dich erinnerst. Selbst für eine einfache SBM. Kennst du gute Witze? Weißt du, welche Söldner bei allen Datingseiten angemeldet sind? Wieso los? Oh, okay. Kennst du gute Witze? Weißt du, welche Söldner bei allen Datingseiten angemeldet sind? Ich meine Siri kann ja schon drei. Wieso los? Ja, alles klar. Also, wolltest du irgendwas von mir? Oh, ja. Ich entschuldige mich, dass ich dich gleich zu Beginn unserer jungfräulichen Freundschaft derart überfalle. Aber, könntest du mir einen Gefallen tun? Was ist passiert? Siehst du den Behälter da vor mir? Äh, ja. Er blockiert mir die Sicht auf die Straße. Und nimmt mir meinen liebsten Zeitvertreib. Könntest du ihn etwas zur Seite bewegen? Ich würde dich mit Dank überschütten. Auch wenn ich das ehrlich gesagt gar nicht auf Lager habe. Ich sehe, was ich tun kann. Alles klar. Komm, deswegen kann man aber wegschieben. Kein Problem. So. Danke, wie? Mann, bist du stark? Absolut. Hier, gönn dir ein Freigetränk. Geht auf mich. Alter. Das ist die zehnte Freigetränk. Alligator? Ich bin kein Alligator. Das sagt man nur so. Wenn man sich verabschiedet. Oh, ich verstehe. Nicht, dass Alligatoren irgendwas mit Verabschiedung zu tun haben, aber egal. Die ging es schon auf den Reim an. See you later, Alligator. Witziger Satz. Ja, sehr witzig. Was für ein Scheiß. Muss los. Okay, was haben wir noch am Start hier in der Ecke? So, nächste Telefonlawine. Taube mit Ölzweig. Das kriegen wir hin. Das ist hier. Direkt in der Fußgängerzone laden wir hin. Kein Thema. Don't walk, don't walk. Man muss hier wirklich wie, äh, im Real Life, muss man hier auf den Verkehr achten. So, was haben wir hier? Ein Türsteher. Hallöchen. Sergei, hallo. Bist du Sergei? Nett, dass du fragst. In letzter Zeit kommt es mir vor, als hätte ich ein Neonschild über dem Kopf. Sergei hat die Klaus geärgert. Ich habe ein kleines Geschenk für die Tigers in der Garage. Also gut, gib mir die Koordinaten. Klar, Moment. Ich öffne die Tür zur Garage. Öffne doch von innen, zur Sicherheit. Der Wagen ist das Geschenk? Ist nicht einfach nur ein Wagen. Das hier. Alter, voll die Karne, Digga. Einer, Sergei, was ist los? Karazinski, okay. Herr Karazinski. Ich muss hier rein, okay. Oh, wow. So, was haben wir hier noch Schönes in der Kiste? Das sieht ja fresh aus. Atmen, okay. Katachin. Splitty. Nein, kein Taco. Ich möchte einmal in diesem Spiel sehen, dass man hingeht. Und dass das erste der Splitter ausgewählt wird. Guck mal, klappt nie. Du kannst es machen, was du willst. Okay, stilles Wasser. So, jetzt haben wir ihn. Ich muss immer irgendeinen Shit mitnehmen. Na gut, wir nehmen sowieso jeden Shit mit. Also von daher. So, und dann muss er sich wieder beschweren. Na, mein Inventar ist so voll. So, das, das, das. Aber die Karre ist jetzt nicht so fresh. Das ist nicht mein Ding. Egal. Kann sie trotzdem hin und sagt halt, nicht vermasseln. Oh, wen haben wir denn hier drin? Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor er kommt. Tür zu machen. Ja, ist schon klar. Da werde ich mich nicht einmischen. Ich soll nur das Auto fahren. Ich habe dich nicht gesehen. So, auf geht's. Sprich bitte mal mit dem Kofferraum. Ach so, sprechen. Ja, komm, können wir uns ja nochmal unterhalten. Unterhalten kostet ja nichts. Also ich meine, einmal aufmachen und mit ihm wirklich sprechen. Was machst du da drin? Wer bist du? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern-QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du, du arbeitest für den Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Aha. Muss los. Sorry, Kumpel. Aber das war's für dich. Es ist doch eigentlich egal. Ich habe keine Ahnung, was sie haben. Ich soll nur das Auto fahren. Ist okay. Ist okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sie haben. naja, also vermasse müssen, denn was Sergei sagt, das werden wir auch nicht vermasse schon, du kannst halt echt in der Stuhlstange leben, ja so, okay, wir mochte, deswegen wir bei uns, wir haben jetzt mal den Kollegen zählen was Sergei hätte ich hinsagen können, dass eine kleine Frachtkante drin ist, das wäre fair gewesen ey, das Auto hat keine Mucke, was ist denn los, wie soll ich denn da weiterkommen oder die Mucke ist so laut, komm, also muss ich damit hören oh, wir sind schon da dann fahren wir rein, okay, lass mal kurz gucken, wie dem was wir uns vorgesehen, eine kleine Garage Absolut, ach du bist es, aha, bist du Sergeis Freund? hat Sergei euch was gesagt, oder? ja, hat mir gerade die Infos geschickt blöder Clown lauf zu Shu und sag ihm, das Paket ist da Alter, Shu, na gut Shu Shu Wo ist denn Schu? Verpiss dich Aha Verlust das Gebiet, ich dachte, Schu, äh, ist, äh, Schu Ich dachte, Schu wäre da drin Oder machen Schu, hat er gesagt Wir haben sie noch nicht richtig verstanden Du stellst keine unnötigen Fragen, wie du Du machst einfach, was man dir sagt Das weiß nicht zu schätzen Und deshalb belohne ich es auch Mhm, jetzt schauen wir mal Und Parabas Na, ein Tausie Na, fast zwei Okay, na gut So, was haben wir denn noch? Äh, bap, bap Okay, dann machen wir das Fresh hier oben Wer schafft dir Zutritt Okidoki Aber wir haben jetzt wieder keine Karre Und Sergej hat uns natürlich nichts dagelassen Niceer Dude, ey So, Porsche ist blöd Äh, oh, wir können mal wieder mit diesem Panzer fahren Ist auch geil Wo kommt der Panzer? Da Yes Voll die Karre, ey Lenken tut er gut Aber fährt halt wie ein Sofa Oh, wir wollen hier rum Äh, wollen wir da rum? Ja, okay Hey, der hat auch keine Hupe Nur so ne leise Was ist denn mit den Autos heutzutage los? Jawohl Wow Ich hätte nicht gedacht, dass du so Kolant an die Sache herangehst Aber dein Job ist erledigt Und die Sache damit vom Tisch Welcher? Okay, keine Ahnung, wovon du sprichst Aber Ist ja in Ordnung So, wo wollen wir denn hin? Warum gibt's hier keine Keine Info? Bin ich schon vorbeigefahren? Achso, wir wollten hier hin Und die hat mir irgendwie dazwischen gefunden Wo steht die Hölle rum? Guck mal, der hat nur Hupe Ich nicht Miep, miep So, wir sollen da irgendwie verschaffen Zutritt, aber unbemerkt Optional Optional Also erstmal die Karrieren stellen Sehr unbemerkt Okay Was zum Tauchen? Wir können Oh Miep, miep Achso, die Hupen hier schon Oder was? Ihr kleinen Penner Echt So, wenn unbemerkt Und wieder oben hin Dann können wir ja erstmal Durchs Gebüsch krabbeln Oder? Kann man schon mal machen So, und ich sage Wir kommen natürlich nicht hier irgendwo An den Mauern entlang hoch, oder? Natürlich mal eben einmal rumgehen Aber Das wird nicht passieren, würde ich sagen Ist das hier? Okay, nix Oh, und hier geht's dann Okay Könnte höchstens von der anderen Seite Irgendwie raufkrabbeln Oder so, ne? Fettes Anwesen Nicht schlecht Die wollen ihre Ruhe haben Entweites Heiligtum Mhm Handeln Ey, da kann ich doch rüberspringen, oder? Das geht doch Also Zack, fertig Okay Okay, da steht auch eine kleine Wache Die habe ich natürlich nicht gesehen Bleib unbemerkt Ich gehe nur kurz zum Und wenn Du gehst nirgendwo hin Wir haben unsere Befehle Oh Oh Ja, einen beschissenen Weeren Ort zu bemerken Scheißwichtiger Hey, nicht fluchen Das ist ein heiliger Rot Absolut So, wo geht er jetzt lang? Eigentlich alles voll, ne? Und die Frage ist jetzt Wo wollen wir eigentlich hin? Da drüben rein Okay Wir hätten da rein gemusst, oder was? Also quasi von da kommend Oder was? Wo sind die Dame hin? Guck, guck Oh Das ist zum Thema unbemerkt Das ist das angenehme, wenn man hier in der Halle steht Das ist halt die Kollegen in der Halle Das ist daran illegal Das ist ein Tiger Klaus Oh, da lag ein Bein Das ist ja schlecht Der vergisst denn sein Bein? Ich werde sicher nicht So, die Frage ist jetzt Wo wir eigentlich dann hinwollen, ne? Weil mir ist ja so ganz klar Das schafft den Zug So, ich dachte, wir waren hinten Dann hätten wir natürlich auch vorbeigehen können, ne? Das ist nicht gelaufen, aber So, hier wir gehen So, wieder Meriware, oh my god Okay So, und da ist wieder die Sprechblase, oh my god Okay, so Aber Mehr als Meriware hochladen sollten wir nicht Aber wir gucken kurz ja mal Das ist ja schon nice Mit diesen kleinen Fischchen hier Das will ich nochmal angucken Fresh Können wir es kaputt machen? Oh, die Sprechblase, die nervt mich Ich muss mal durchstarten Das ist ätzend Okay, da war wahrscheinlich ein Zivilist irgendwie dabei Keine böse Menschen Und ich hab den weggesnatcht Deswegen gab es Ärger mit der Mit den Cops Okay Das ist auch derselbe Fisch hier So, dann fahren Werden sie unter uns? Soll noch irgendwas nazis sein, was ist dann hier drin, oder? Okay, wir haben hier noch nicht alles gesehen Ah, 10 Forts So, wo geht's denn runter? Das Ding hier Aber da kommt man beim besten Willen nicht wahr Das muss irgendwie runtergefallen sein Okay, wir haben hier noch ein bisschen Okay, wir haben hier noch ein bisschen Hey So, freshes Ding Ne, okay, da ist noch einer Was ist das, nur ne Kamera, ne, oben auf dem Dach, okay So, dann zurück vom Auto und weg Du solltest das leise machen Ja, ist ein bisschen lauter geworden Nein, das hast du nicht Nein, das hast du nicht So hat die ganze Stadt von deiner Aktion im Schein gehört Deine Bezahlung wird deine Unzulänglichkeiten widerspiegeln Auftrag abgehackt Du zahlst immer nur Käse Mal gucken, lass mal gucken, was zahlt sie Zero Nader Lulu, oder was? Das kann nämlich sein Muss ich bei der mal vorbeigucken, oder? So, dann lass mal gucken Einen können wir noch, oder? Auf die Karte, was haben wir hier noch? Das Ding Fahrzeug kaufen, 200 Schleifen Sag mal, geht's noch? Mal, angucken könnte man sich das ja mal Aber es ist einfach zu teuer Was haben wir denn hier sonst noch so zu tun? Gar nichts? Ne, das ist schon noch Das ist das ganze fette Ding hier, okay Also blaues Zeug haben wir noch genug Hier um die Ecke gleich so ein Kiki-Fatz, da fahren wir mal eben hin Ja, hup du doch nur Voll süß Wie 2,7 Kilometer, das kann doch nicht sein Hä? Nee, Moment, ich will mich nicht treffen Ich wollte hier zu einem Dings hinfahren Achso Das ist dann nur, die überlagern sich hier beide Ich fahre in Wirklichkeit zu der Sprechblase da hinten hin Ist die noch von Kelly, die Sprechblase? Ich weiß es nicht Oh Junge Darf nicht ein bisschen Gas geben hier? So, hier Was ist denn hier los? So bitte, ich steig hier auf Oh Ja, lade mal nach Ich lade auch nach Voll ins Gemächt Hat er sich jetzt selbst weggeballert? Was ist mit dir passiert? Und er huckt schon wieder Junge Das kann doch nicht sein Ja, okay Da liegt einer auf der Straße Ist nicht so nett Miep, miep Ich kann die Leiche wegräumen Okay Ähm Was ist mit dir passiert? Das sieht nicht gut aus Junge Neuer Splitter Na, wir haben ja auch so wenig So Das ist zu Und wir können hier rein theoretisch Hecken üben Achso, im Automat oder was? Ne, kein Bock Verbrechensmeldung Entsorgt Okay Ähm, wir wollten ganz woanders hin Wir fangen gerade auf Das können wir dann eben noch machen, ne? Oh, da hinten ist das erst Oh, ich dachte, das wäre hier Wow Und das haben wir gar nicht gesehen Oder ist jetzt erst aufgeploppt Ähm Verbrechensmeldung geht natürlich nicht Sag mal, fährt hier einer gegen meine Karre? Ne, okay Schon wieder irgendein Verkehrsstall hier Muss los Lass uns kurz mal gucken Wo ist denn das? Hä? Das ist doch jetzt schon wieder nicht Markiert, oder? Es ist nicht markiert Also es ist markiert, aber es ist keine Route So, hier runter Geht mir Hm, schön vermint alles Kommen wir da so ran Oder gibt's noch was anderes? Die drei da hinten Da jetzt rangeht Okay Sollte reichen, oder? Hier lege ich benutzen Oh Ich wollte gerade sagen, die können wir doch entweder nutzen oder, oder nutzen Auch nicht schlecht, ne? Witzig So, wie kommen wir raus? So, ja So, lass mal gucken Aber Wir können hier sonst eigentlich so nix machen, ne? Was ist denn das hier für ein Irgend so ein Sensor Tickt hier immer rum, ne? Ist vielleicht die da hinten noch Aber ansonsten Haben wir hier nix, ne? Wie jetzt mal gesagt So, lass mal ein bisschen gucken Oh, scheiße Okay Und die auch Okay Geh nochmal von der anderen Seite ran Vielleicht bringt das ja was Wenn sie die andere gleich mitspringen können, oder? Komm schon Kann man da rangehen und ihn schärfen? Oder so, nö? So, jetzt mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt, was mich interessieren könnte, weil Ja, ein bisschen dollalala, ist es in Ordnung That's it, ne? Okay Also, ich würde mal sagen Das soll's mal reichen an Aufräumen Für diese Zeit Und mehr machen wir beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann Ciao Ciao Bis dann